Was ist Deep Learning? Deep Learning ist ein Teilgebiet des maschinellen Lernens und damit wiederum ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Deep Learning ist das Rückgrat vieler erfolgreicher Anwendungen vom maschinellen Sehen über Textübersetzung bis hin zur Synthese von Sprache, Text oder Bild. Und das Konzept von Deep Learning ist relativ einfach und ist angelehnt an die Verarbeitung von Informationen in unserem menschlichen Gehirn. Die Idee ist dabei mit Hilfe von verschachtelten und aufeinanderfolgenden einfachen Funktionen komplexe Funktionen anzunähern und damit komplexe Entscheidungen treffen zu können. Kernelement von Deep Learning ist die Extraktion und Repräsentation von Informationen aus den Eingangsdaten in aufeinanderfolgenden Abstraktionsebenen, sogenannten Schichten oder Layern. Bausteine der Schichten wiederum sind einzelne sogenannte Neuronen, die diese sehr einfachen Funktionen ausführen. Die Neuronen sind mit Neuronen an der vorangegangenen bzw. der folgenden Schicht verbunden, können die Informationen also weiterleiten. Zusammengefasst bedeutet das, die Neuronen nehmen die Informationen aus der vorherigen Schicht auf, verarbeiten sie und leiten sie dann an die nachfolgende Schicht weiter. Wie anfangs erwähnt, resultiert Deep Learning daher für gewöhnlich in künstlichen neuronalen Netzen, die ähnlich zu unserem menschlichen Gehirn Informationen durch die Weitergabe an Neuronen verarbeiten können. Deep Learning bedeutet nun, dass wir die Verknüpfung von Neuronen, das heißt, wie die Information weitergeleitet wird, aus Beispieldaten lernen. Diese Hierarchie aus Schichten und Neuronen ermöglicht es, dem Computer komplizierte Konzepte zu lernen, indem er sie aus einfachen Konzepten aufbaut. Wo lässt sich Deep Learning nun einsetzen? Dazu drei Beispiele. Zum Beispiel für die Erkennung von Objekten in Bildern. Das gleiche Objekt tritt häufig in unterschiedlichsten Erscheinungsformen auf, was es nahezu unmöglich macht, manuell wiederkehrende Merkmale für eine bestimmte Objektklasse zu bestimmen. Ein neuronales Netz ist in der Lage, durch die Verknüpfung und die Abstraktion von gelernten Merkmalen Objekte auch unter starken Variationen zu erkennen. Auf diese Weise lassen sich zum Beispiel aus Millionen von Bildpunkten in einem Digitalbild sukzessive Schicht für Schicht verarbeitet und am Ende die Wahrscheinlichkeit ausgeben, dass auf dem Bild zum Beispiel ein Apfel zu sehen ist. Ein weiteres Beispiel sind Übersetzungsprogramme. Mithilfe eines Wörterbuchs könnten wir die einzelnen Wörter eines Satzes in einer anderen Sprache übersetzen. Entscheidend für die Aussagen eines Satzes ist aber die komplexe Kombination von Wörtern. Sätze sind zudem unterschiedlich lang. Um die Bedeutung zu verstehen, müssen Zusammenhänge über mehrere Wörter hinweg betrachtet werden. Abermals ist es praktisch unmöglich, all diese Regeln über die Kombination von Wörtern manuell zu bestimmen. Auch hier wird Deep Learning erfolgreich eingesetzt, wobei die Verknüpfung von Millionen von Neuronen genutzt wird, um am Ende sinnvolle Übersetzungen zu erhalten. Im dritten Beispiel geht es um die Erzeugung von Bild und Sprache. Neue Trainingsdaten, zum Beispiel für das autonome Fahren, müssen nicht aufwendig durch Herumfahren aufgenommen werden, sondern können emissionsfrei am Computer generiert werden. Assistenzsysteme, zum Beispiel Navigationssysteme, klingen nicht wie Roboter, sondern können in einer sehr natürlich wirkenden Sprache mit uns kommunizieren. All diese Beispiele zeigen, dass Deep Learning der Schlüssel zum Erfolg für viele KI-Anwendungen auch im alltäglichen Leben sein kann. Deep Learning findet häufig dort Einsatz, wo es schwierig ist, manuelle Regeln oder Vorgehensweisen anzuwenden. Die sehr guten Ergebnisse rühren aus der sukzessiven Abstraktion und der Verknüpfung von Merkmalen aus unterschiedlichen Schichten her. Ergebnisse sind immer neuere Architekturen, in denen zum Beispiel Schichten übersprungen werden oder der Ausgaben einer Schicht nochmal in die vorangegangene Schicht zurückgekoppelt wird. Das Ganze ist auch nicht neu. Erste Experimente mit sehr wenigen Schichten und nur eine Handvoll Neuronen gab es bereits Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre des vorherigen Jahrhunderts. Aber erst seit dem Vorhandensein von Rechenleistung und vor allem dem Vorhandensein von Daten ist Deep Learning praktikabel und erfolgreich einzusetzen. Allerdings sind mit dieser Technologie auch Herausforderungen verbunden. Die Informationsverarbeitung ist so komplex, dass eine Interpretation, auf welcher Grundlage zum Beispiel Objekte erkannt werden, nicht mehr möglich ist. Mehrere Dutzend Schichten, Millionen oder Milliarden von Neuronen machen eine manuelle Auswertung, welche Information genutzt wird, unmöglich. Dadurch ist es schwer zu prüfen, ob die gewünschte Funktion jederzeit vorhanden ist. Und wie viele andere Technologien auch, kann auch Deep Learning zerkennfremdet werden. Gerade die Generierung von Daten, wie zum Beispiel Videos und Ton, kann zu gefälschten Inhalten führen, die sich dann übers Internet schnell verbreiten können. Deep Learning ist also eine sehr spannende Technologie, die sehr viele Chancen bietet. Wir bei Fortis forschen daher an der Zukunft der künstlichen Intelligenz. Vielen Dank an Dr. Julian Wörmann, unser Experte für maschinelles Lernen von Fortis. Deep Learning ist eine spannende Technologie, also quasi die Königsdisziplin der KI. Und hier ein paar spannende Fakten und Zahlen zum Thema. Deep Learning als effizientes Konzept des maschinellen Lernens hat ein großes Potenzial, welches wir heute bereits nutzen. Deep Learning hat beigetragen, die Genauigkeit von automatischer Spracherkennung auf über 95 Prozent zu steigern. Die von Facebook entwickelte Software Deep-Face erkennt menschliche Gesichter auf Fotos und erreicht mittlerweile eine Genauigkeit von 97,35 Prozent. Und damit ist Deep-Face fast so gut wie ein Mensch. Deep Learning benötigt eine sehr große Mindestzahl von Trainingsdaten, um Vorhersagen zu treffen. Und dies bedeutet, zu weniger Daten heißt Deep Learning kann nicht angewandt werden. Und je größer die Datenmenge, desto besser funktioniert das tiefe Lernen. Und wie viele Daten braucht man? Nun, das Modell GPT-3 von OpenMyEye wurde zum Beispiel auf einer Datenmenge von 45 Terabyte trainiert. Das sind grob kalkuliert 25 Milliarden Kurzaufsätze. Und das Training dauert meist lange, da ein Deep Learning Algorithmus viele Schichten aufweist. GPT-3 wurde beispielsweise über mehrere Monate mit höchster Rechenleistung trainiert. Und Fehler bei der vorliegenden Datenmengen können zu falschen oder ungenauen Ergebnissen führen. Um das zu vermeiden, muss man eine große Datenmenge bearbeiten und bereinigen. Also kein Platz für Fehlerkultur.